Tja und damit herzlich willkommen zurück zu Intiana Jones und die Lektäre Kaiserkroft Ja, deswegen sind wir hier unten stehen geblieben Und ja, ich versuche jetzt einfach mal alles gut zu überstehen hier Wollen wir sehen Na komm, schieß Ja Sie auch entsprechend bekommen So, wo geht's denn jetzt raus? Hier Ja, hier war's So, guck mal Ja, ja Ja, immer los Mal gucken, ob wir mit den High-Up knallen können Ja, der ist tot Na ja Da wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr rein genug Wasser geschluckt Meine Pistole Meine Pistole Ja, okay So So Hochgläsern Ja, ist sehr gut, dass ich für die passende Beleuchtung gesorgt habe So Na toll Ja 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 Ich去 Wenn du So, wieder hochklettern. Und? Ach, näher. Irgendwie fängt es jetzt mich an wieder aufzurecken. Ganz ehrlich gesagt. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Ein bisschen höher. So, das ist nicht. Ja, das gibt es doch nicht, oder? Also, ich sollte jetzt so etwas vorher noch ein bisschen üben. So, wieder hochklettern. Jetzt so weit weg. Klar. So. Gut, muss ich es jetzt schaffen. Ach. Ne, jetzt fängt es irgendwie an wieder aufzurecken. Ich weiß auch nicht, aber es ist jetzt irgendwie ein bisschen unfair. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist es jetzt unfair. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Jetzt sag mal, das gibt es doch jetzt irgendwie nicht. Jetzt irgendwie, das gibt es doch jetzt irgendwie nicht. Ich, äh. Äh. Das kann wirklich nicht so schwer sein. Das kann da jetzt nicht so schwer sein, da bis zu überzug gehen. So, das hätten wir. Ach so, guck mal. Äh, ja. Also, irgendwie verstehst du das jetzt irgendwie. Ganz ehrlich gesagt nicht. Ey, irgendwie macht es jetzt keinen Spaß mehr. Boah, ne. Also, ich glaube, das ist jetzt eine Stelle, wo es so lange festhängt, wie noch nie, in dem ich ein Spiel habe. Oh, wo ist die Schmerz? Ach, ne, oder? Das war doch... Ich versteh's jetzt nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich versteh's jetzt irgendwie nicht mehr. Spellogik jetzt irgendwie versteh ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht mehr. Das hängt jetzt schon bald fast 20 Minuten. Nur dafür schon dran. Also, so besprochen, besser gesagt. So. Hoffentlich klappt das jetzt mal. Jetzt find ich's jetzt richtig nervig. Ganz ehrlich gesagt. Na. Äh, ja. Ey, das ist jetzt bloß noch nervig. Ich bin ein bisschen nervig. Ich bin ein bisschen nervig. Ich kann mich jetzt dafür entschuldigen, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, aber irgendwie will das Spiel mich jetzt fertig machen. Was? Ich war doch da oben dran. Äh. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel das jetzt noch machen möchte. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange ich das jetzt durchhalten möchte. Äh, ja. Äh. 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 Vielleicht will das Spiel, dass ich jetzt mal ganzes Wochenende damit verbringen hier an der Stelle. Äh. Äh. Was? Ne. Ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh. Sooo. Frag mich, wann es jetzt mal klappen soll. Was auch näher. Irgendwie fängt es jetzt richtig an zu nerven. Ganz ehrlich gesagt, es fängt jetzt irgendwie an richtig zu nerven. Ich verstehe jetzt nicht, warum das jetzt nicht will. So, jetzt ein Versuch, dann setze ich ein Kart. Es dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. So. 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 So, ein bisschen gehen jetzt halt. Fangen wir weiter. So. 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 Das ist der Amerikaner! Das ist der Amerikaner! Schön für dich! Das ist der Amerikaner! Das ist der Amerikaner! Es gibt keine MP! Schade! Ich habe die Kampftaucher noch! Schade! So! ... ... ... ... Okay. Träben ist nix. Gut. Ich benutze ihn mal mit dem Kram. So. So, das ist mir. Schnell doch. Jawohl. Gucken ob sich hier hinten was versteckt. Das funktioniert nicht. Wirklich? Jetzt mal gucken ob es sich nicht irgendwo versteckt. So. Und ein Aufzug. Na ok. Jetzt sind wir hier in der geheimen Basis drin. Das Schiff steht schon bereit aber mit dem können wir leider nicht fahren. Und jetzt kommt mir auch Flammenwerfer. Wenn nicht Lahm kommt, kommt Flammenwerfer. Die Sache gefällt mir nicht. Nicht nur dir. 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 Ich komme. nicht nur dir. Ich muss nur dir. Ich muss nur sagen dass sie schon rauskommen. Da liegt ein B. So, gefällt mir das schon besser. Das funktioniert nicht. So. So. Die dürfen auf keien fald den Alarm auslösen. Die dürfen auf keien fald den Alarm auslösen. Nein! Alarm nicht auslösen! Ganz böser! So. Und ein Netz-Sewission-Sequenz. Und da liegt auch schon der Spiegel. Seine Begleitung, wie immer. Sehr sexy. Unsinn. Wären Sie nicht so unfähig, hätte ich Dr. Jones nicht gebraucht. Er hat in zwei Wochen mehr erreicht als Sie in den letzten zwei Jahren. Hüten Sie Ihre Zunge. Vergessen Sie nie, wen Sie vor sich haben und wen ich repräsentiere. Solange Sie auf meiner Insel sind, werden Sie die Zunge erhüten. Ich habe Ihnen erlaubt, diese Basis zu bauen. Im Tausch gegen deutsche Waffen. Aber das Herz des Drachens ist eine andere Geschichte. Ihr Deutschen könnt das Herz haben, sobald ich China kontrolliere. Bis es soweit ist, sollten Sie nicht vergessen, wer hier das Sagen hat. Wir können dem Kerl nicht trauen. Nein, das können wir nicht. Er muss eliminiert werden, sobald wir das Herz des Drachens gefunden haben. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ja, ich freue mich schon. Okay, und das Spiegel bleibt jetzt einfach so liegen. Halt! Alle auf Ihre Posten! Jawohl! Wir sind in Ordnung. Passieren! Hier geht's zur Seilbahnstation. Jetzt brauche ich nur eine andere Klamotten und schon kann's losgehen. Und die holen und so. Steh auf! Ja komm! Ah, feige Ratte. Ach so, also. Wo ist denn? Habits, Seiner! Angenehme Träume. Ich freu mich schon, wenn ich hier aus der Anlage aus bin. Es ist besser, sich nur mit denen so umzuprügeln. Gibt es auch keinen Alarm oder sowas. Na toll. Alarm. Ha ha. Alarm. Na toll. Okay. Das Bett sieht aber nicht so sehr bequem aus. Ich bin froh sein, dass keine Flammen mehr vor aufgetaucht ist. Da stimmt jetzt mal die Leiter auch. Da muss noch ein bisschen, dass Sonsauska ist. So. Ah ja. ja so als doch doch